Komm schon, schnell. Wir müssen raus aus London. Ich habe einem Überlebenden versprochen, zurückzukommen. Keine Ahnung, ob du das bist, aber du bist auf der Frequenz. Also lauf zum Tower. Wir warten, solange wir können. Los, lauf! Äh, ja, ich bin jetzt etwas verwirrt. Wir haben die Credits gesehen, den Abspann. Und jetzt geht es immer noch weiter. Ich habe kritisiert, man sieht nicht, wie wir geflohen sind. Aber ich denke, dass irgendwie, das sieht man jetzt. Deshalb gerade etwas verwirrt und hier. Oh, nicht hier durchs Wasser. Nicht, wenn hier einer da... Oh, der Heli. Heli, Heli, Heli. Na, es geht ab. Headshot! In your face! Gut so nicht. Hier ist einer. Was war das gerade? Ja, super. Du umblendest mich aber. So, wir ballern uns durch, würde ich sagen. Äh, jetzt so viel zum Thema durchballern. Kann der nicht irgendwie hier Unterstützungsfeier geben? Das wäre doch gut. Eigentlich will ich jetzt nicht die Knarre nehmen. Weil die halt ja noch schallgenämpft ist. Was mich immer noch wundert. Wo zur Hölle gab es die Armbrust? Irgendwie habe ich was hinter mir... Alter! Woher kommt der her? Will ich mich verarschen? Oh, da unten. Woher kam der andere her? Auch komisch. Oh, da ist glaube ich einer explodiert, oder? So ein Explosiv-Zombie. Kann sein. So, kopflos. Unterwegs. Wollte ich mal sagen. Kann ich runterjumpen? Ja, ja, die blünden wir jetzt nicht alle. So, ich lasse mich auch gar nicht so viel hetzen. Nicht, dass ich noch in so eine Zombie-Meute reinrenne. So, kommt doch her. Hier sind viele Fässer. Ja, schaut auch ganz gut. Der brennt halt auch noch. Hallo? Laufen alle weiter? Stehen irgendwie egal? Ah, okay. Ist doch kein Fass. Ganz ruhig, Kollege. Bin doch nur ich. Mir geht's gut. Solange du tot bist, Mr. Zombie. Okay. So weit ist es, soll es ja eigentlich gar nicht mehr sein. Oh, letztes Magazin. Hier drüben hören wir noch was. Irgendwie fehlt mir hier das Zielen so ein bisschen. Mit der Knarre. Also so richtig zielen. Sagen wir es so rum. Oh je, da drüben brennt's. Hier auch, okay. Hier war ja das Versteck. So, ganz ruhig einmal. Oh nein. Irgend so ein komischer Brutzel-Zombie wieder. Keine Ahnung, was die Tolles können eigentlich. Außer Brutzeln vielleicht. Au. Scheiß Treppe, Alter. So. Jetzt hier Headshot. Ich hab gedacht, der kann vielleicht seine Kumpels rufen oder so. Aber ich hör doch grad was. Okay, so einer. Ich warte, dass sie hier runterkommen. So. Oh. Ich hab gedacht, das war ein Headshot. Drei Kugeln. Na komm, zweite, der wird passen. So, die haben wir leer. Okay, ist gerade etwas ruhig. Dann würde ich mal sagen, kann man die hier reinmachen. und Pumpen-Munition haben wir genug noch dabei. Na komm, nehmen wir die Pumpe rein. So, hier haben wir aber auch nicht so viel. Obwohl, plündern könnte man noch kurz. Oh, stummige Wehr-Munition. Das haben wir sie grad mal weggelegt. Und schon kriegen wir Munition davon. Sollten wir noch ein bisschen mit der Pumpe machen. Come on, die haben wir eh noch nicht so weit. Vom Skillen her, auch wenn wir jetzt eigentlich kurz vorm Ende sind. So, jetzt ist etwas hell. Deshalb machen wir mal die Taschenlampe aus. Die lassen wir mal hier runter. Ne, ist auch falsch, oder? Nicht hier irgendwie hier hoch. Das ist gut, aber vor allem auch mehrere Wege. Ah, okay. Ja, soviel zum Thema mehrere Wege. Was geht hier ab? Ah, ne, lassen wir mal. Hätte ich jetzt hier wirklich richtig, oder? Hätte ich wirklich da runter müssen? Ich muss doch wieder da hoch vom letzten Mal, oder? Naja, komm, dann laufen wir halt hier mal entlang. Auch wenn ich jetzt meine, dass ich hier total falsch bin. Ich bin nur so ein bisschen vorsichtig gerade, wegen dem Explosiv-Zombies. Ja, aber hier kann ich nichts öffnen. Geöffnet. Äh, nein. Ist es nicht. Oder wirklich von der anderen Seite, oder so. Wir schauen mal doch mal hier rein. Ne, da müsste ja auch noch irgendwas sein. Na, muss ich wohl hier durch. Ja, jetzt ruhig. Oh nein, Kotzer. Ja, Kotzer steht noch im Lauf. Ha, Feuer gegen den Foschen. Oh, das Worte ist aber nicht so gut. Nein, ihr durch! Oh, Achtung. Dass der so viel ausgehalten hat. Verstehe ich gerade auch nicht so ganz. Hallöchen, Lady. Bleibt hier schön stehen. Okay. Nein! Das war nicht geplant. Die letzten Kugeln sind im Lauf. Oder in der Flinte. Lass uns mal noch ein bisschen schauen. Auf dem Tisch habe ich, glaube ich, was gesehen. Sturmgewehrmunition. Suchen? Was? Suche? Ne, gar nichts. Ah. Mir fehlt noch. Ich würde es eigentlich nicht sagen, aber mir fehlt noch der Explosive. Da gucken wir, wie er schon da liegt. Aber hier geht es weiter nach oben. Das sieht doch schon mal gut aus. Irgendwo hat was geblinkt. Also. Ah, da oben. So, jetzt bin ich hier, aber hier komme ich auch nicht weiter. Au! Oh! Oh, oh, oh. Der ist tot. Hinter mir! Autsch. Oh, nein. Ganz ruhig. Wer steht da oben? Türe schließen. So, was haben wir noch? Hier haben wir gar nichts. Irgendwie eine Knarre wäre gut, aber es ist gerade ein bisschen schlecht hier. So, Alter. Wieso fliegt das hier runter? Kommt von hinten noch was? Ja, komm, wir machen mal einfach so platt. Oh, das sind ja mehrere. Oh! Komm, erst mal. Ah, auf den Boden mal. Achtung. Autsch. Okay, Medipack. Eingesetzt. Ach, nein. Die schiebt sie weg vom Wind. So, die Türe sind, glaube ich, wieder beruhigt. Alter, woher kommen die jetzt plötzlich alle her? Aber... Oh, das ist ja... Was ist das? Dass ich wieder mal kurz aufhören, aufhören. Oh, was das? Untertitelung. BR 2018